Die Wochentage Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag oder Sonnabend, Sonntag. Im Kalender werden die Tage meistens abgekürzt. Mit der Präposition am sagt man, was an einem bestimmten Tag passiert. Am Montag Mit dem Wort jeden wird gesagt, dass sich etwas jede Woche wiederholt. Jeden Montag Man kann aber auch das Adverb verwenden, indem man ein S hinzufügt. Montags Welcher Wochentag ist heute? Heute ist Samstag. Gestern war Freitag. Morgen ist Sonntag. Am Mittwoch muss ich eine Freundin in Berlin abholen. Ich muss dienstags nicht arbeiten. Wir gehen jeden zweiten Donnerstag einkaufen. Check it out. Note Untertitelung des ZDF, 2020